Läuft das richtig geil. Ich kann es leider nicht laufen lassen, weil es ja GEMA geschützt ist. Jo Leute, willkommen bei Planet Z2. Ich hoffe, ich habe jetzt den Bug ein bisschen behoben, heben können. Ich habe jetzt meine Grafikvalorität mal auf Mittel gestellt, damit ich überhaupt aufnehmen kann. Ich habe es gerade getestet, gerade auf Ultra, das ging gerade nicht. Nehmen wir es jetzt halt nur auf Mittel auf und zusammen alleine? Zusammen alleine? Was für ein Geschwafel wieder. Ne, Sven muss arbeiten, Markus ist gerade nicht zu erreichen und deswegen bin ich jetzt auch nicht auf dem TS, sondern mache das einfach so hier ein bisschen. Dark ist auch hier dabei, hier ist Dark, da ist Dark. Schießt man ab. Und irgendwann ein bisschen in Tibi. Ja, hoffentlich habt ihr auch mit mir alleine Spaß, aber was läuft jetzt flüssig mal auf 30 FPS. Und da war ein Dreckspion gestanden. Warum ich jetzt wieder diese Klasse habe, weil ich allein bin. Oh, fuck off. Was ist denn das für ein Wurden? So, Bastard. Level 40er, ich stehe direkt vor ihm, er bringt mich nicht um. Auf jeden Fall, ähm, versuchen wir hier die Station gegen die Warnus zu verteigen. Aua! Zu verteigen, ich habe meine Lieblingsanheit halt gewählt, weil, ja, ich nehme hier auch nicht so allzu lange auf. Nur drei Folgen, weil ich hier am Wochenende wieder da bin. Deswegen nur, dass man die Woche... Ähm, ja. Ähm, ja. Ihr habt ja auch gelesen, was ich im Dark geschrieben habe. Und Dark, du hörst es jetzt auch nochmal, dass ich dir geschrieben habe. Ja, ist eine Ausnahme, ist eine Ausnahme, dass ich heute... Spontan habe ich mich gerade dazu entschlossen. Ähm, ja. Und, äh, wow. Ja, ich kündige es auch schon mal hier an, dass es, ja, ein Video geben wird, weil wir ja jeden Sonntag ein Team-Event haben, dass ich ja live-streame. Äh, und... Aua! Meine Fresse, ich komme hier. In nur, überall... Oh, das ist ja Max! Na Gott. Ja, geil. Ähm, dass ich es ja jeden Sonntag live-streame, ob der Kanal der gleiche bleibt, das weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, ob ich ihn umbenannt bekomme. Das ist jetzt nämlich momentan mein Problem, da er ja noch, äh, der Play 1 heißt und mir jetzt der Lappen geben hat TV und deswegen ist es ein bisschen kontraproduktiv, zwei verschiedene Namen zu wählen. Ich muss jetzt gucken, dass ich ihn umbenannt bekomme, dass der Link wenigstens gleich bleibt, wenn nicht, muss ich mir halt auch den neuen Kanal machen bei Twitch. Mal mit YouTube haben wir jetzt festgestellt, das geht leider nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Und... Und... Ja. Deswegen... Finde ich das jetzt ein bisschen kacke, dass du mir das auch noch sehen hast, du Arschloch, Mann. Oh, fuck. Ja gut, er ist halt nicht zu pläuter Level 100. D-d-d-d-d. Oh, ich hab so einen Ohrwurm von, ähm... Warum kämpfen wir auch am Wobbrett von dem Vanus rum? Ihr seid doch nicht mehr ganz bei Knusper, Herr. Äh, Dark nicht stören. So, jetzt geht's weiter. Ja, jetzt ist die Mose wieder inventiert, also aktiviert. Ähm, I'm Albert Wieh. Wenn er so etwas sagt, das Lied, das ist so geil, das ist so geil, also... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Also, ich feiere das Lied zur Zeit, das ist richtig geil. Deswegen, weil ich ein Faschings-Mensch bin, und deswegen feiere ich das Lied auch so. Weil es ist eigentlich zur Zeit ein Fasching hoch und runterläuft nach Fasching, kann ich sie nicht mehr hören, aber... Momentan läuft das richtig geil. Ich kann es leider nicht laufen lassen, weil es ja GEMA geschützt ist. GEMA, ihr wisst, was das ist. Das sind die Spacken, wo wir unser Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und deswegen kann ich euch das Lied leider nicht einblenden. Sonst wird das Video gesperrt. Mich hätte es gerne laufen lassen. Glaubt mir, dass ich es gerne laufen lassen hätte. Dass ich das gerne laufen hätte lassen, aber ich kann ja auch singen. Nein, singen tue ich euch auch nicht. Das ist nur Ohrenkrebs verursacht. Ganz schmerzhaft, wenn ich singe. Deswegen lassen wir das mal lieber. Konzentrieren wir uns hier auf das Spiel, dass man der KD nicht so dermaßen abkackt. Die Waffe ist gar nicht mal so verkehrt. Weil ja auch, wenn ich eben beschwert habe, dass ich immer die gleiche Waffe spiele, ich spiele nicht mal die P.D. Away. Aua. Aua. Nein. Habe ich jetzt einmal die Razor GD23 genommen. Habe ich auch noch in den Momentar gehabt. Muss ich auch noch auf Auxim spielen. Von dem her spiele ich die jetzt. Aber auf Mittel geht es, also mit FPS. Ich weiß echt nicht, warum. Früher konnte ich immer auf Voll, also Ultra spielen. Jetzt muss ich auf Mittel ausweichen. Aber das habe ich auch dem anderen schon vom Orif-Team gesagt. Es kommt ja nicht auf die Grafik an. Es kommt ja auf das Gameplay an. Die Geschwindigkeit. Wenn man die Geschwindigkeit nur über niedriger Grafikqualität macht, dann ist es alles so. Dann kann man nichts machen. Man kann nicht alles haben. Alles haben. Vor allem sollte man nicht immer alles vorausrennen. Tü-tü-tü-tü-tü. Oh, müssen wir mal gucken hier. Ob sich einer raustraut. Wenn ich hier oben stehe. Na, machen wir eine Galaxy-Tour ab. Das wäre auch nicht schön. Na, das ist sowas auf den Max. Die bringen wir auch nichts. Kriegst du ja nicht tot mit den Snipern. Auf die Entfernung auf jeden Fall nicht. Aber die hole ich nachher auch noch. Ich habe ja auch noch ein bisschen Surts in die Max gesteckt. Und ich habe noch mal 250 Surts in die Panzerbrechende, in den Panzerbrechenden Lightning gesteckt. Dass ich da jetzt auch ein bisschen stärkere Waffen drauf habe. Ja, Gott, der Sniper ist ja gar nichts zu holen. Ich hole mir jetzt ein Light... Nein. Ich hole mir jetzt ein Lightning und dann machen wir den Sandy weg. Wenn er nicht so eig bewacht ist. Ja, ich mache doch schon meine Fresse. Nervt der Typ. Dark hat glaube ich die selbe Idee wie ich, dass wir uns jetzt ein Lightning ziehen oder auch nicht. Deswegen läuft er auch nicht in die Richtung. Aber da ist ein Magwider. Na gut, ich bin mit meinem Lightning schneller. Mit meinem Lightning mit der Heat. Ist das die Panzerbrechende? Da ist die Panzerbrechende. Junge, verpisst dich. Jetzt muss ich dich da runter schieben. Wenn jetzt einer einen Panzer spawnt, ich erschieße ihn. Mach doch den Weg frei, du Idiot. Jetzt kommen wir ja nie dran vorbei. Ops. Ja, aber wieder Ding da hochgekommen. Jetzt bestimmen wir die... Boah, fuck. Ich weiß jetzt nicht, was das war. War es der... War es eine Panzermine? Aber die hat mich glaube ich gefressen, ne? Nein, das ist der Magwider. Oh, meine Güte, Mann, bin ich schlecht. Aber es ist der Scheiße. Man, die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die. dass das gar nichts ist ich bin kein Moni-Typ mehr ich bin jetzt nur noch Panzer ähm leichte fliegende Angriffeinheit da kriegst du Plagg wenn du das siehst ist ja gleich hoch geflogen ist da ein Fenster? ja ja mein Eben ist ja bombastisch na gut ich hab ihn noch erwischt aber auch nur keine Ahnung wie ich den erwischt habe da fällt mir nicht mal eine Ausrede ein so schlecht wie der Eben war einmal links vorbei einmal rechts vorbei ein paar Kugeln haben anscheinend noch den eingeschlagen welche welche das waren das keine Ahnung also wenn ihr euch wundert die FPS zahl was unten links jetzt steht momentan also 32 das stimmt nicht ganz ich nehme hier grad 45 auf also nicht immer danach gehen was euch Blendezeit sagt weil es ist Blendezeit ihr wisst was Blendezeit ist deswegen ist es Blendezeit dann dürfte ich nicht darauf versteifen es ist nicht das 9 plus ultra ist es ist ein gutes Spiel es ist ein gutes Spiel es läuft stabil und alles aber ja so übel von Nuss ist da ist dieser Wannabe Ding ist es nichts nicht programmiert jetzt gucken wir ob es meine Wannabe da noch Kellen töten können Ich bin ich bin ich bin ich bin hier da du ich